So, und damit seid ihr bewusst. Willkommen zurück zu meinem Letztest. Wir spielen das Spiel CopyCat. So, na dann rein ins Spiel. Das Haus ist nicht der Ur, an dem man liegt, sondern wo du am meisten gebraucht wirst. Weisemut hier zum Anfang. Fünfte Juni. Du musst dich entschuldigt werden. Die Kinder sind vorne. Nein, lasse die Kinder für die Kinder. Entschuldigt. Sekunde. Okay, so viel zu mir unterzählen. Entschuldigung. Entschuldigung, aber wie haben wir dich hier vorhin gesehen? Du kamst nicht ein paar Wochen vor, zu suchen, einen Geburtenkopf? Schade, ich will dich nicht schuldigen, weil wir alle alten Ducks sind die gleiche. Das sind große Katzenkopf. Es ist ein kleiner Weg durch die Halle. Bist du okay? Ich werde gut sein. Ich werde nicht sterben. Mhm. Ja, das Hund wird die Olive sprechen. Telefoniert wohl gerade mit jemandem. Großes Katzenfan. Und die hat, wie wir gerade gesehen haben, schon so ein bisschen eher... Gesundheitstechnisch geht es nicht mehr hundertprozentig. Gut. Können wir uns eine Katze aussuchen, oder was? Was für die entschieden? Ähm... Gehen wir weiter. Ja, dieser, der liebt Essen. Gute Gute. Lass sie dir nicht auszutauschen. Oh, äh, dieser ist schön und gesund, weil er in den Wäldern von einem Apartmentblock geboren wurde. Oh, äh, eine Rotkatze. Dann schauen wir uns mal an. Ja, der ist schön. Äh, dieser wird mir aus, äh, absolut alles, was bewegt. Bärchen, Bicycles, sogar der Markerweg. Und Känz. Sie liebt, um hoch zu kommen, und sich Dinge aus der Tafel zu knacken. Trächtige Frau. Eine schwarze Katze, schwarz-weiß. Eine ganz schwarze Katze. Ja. Dieser hat eine großartige Geräusche. Es muss wohl ein Kog in ihrer vorherigen Leben gewesen sein. Mhm. Sie sind alle mit ihren Vakcinationen, und, äh, in Tipp-Topp-Shape. Ich bin entfernt von roten Katzen. Er wird öfter zugeschrieben, als wenn es zeigen, dass die Intentive so, dass die ein bisschen, ein bisschen... ein bisschen wie irrsind sind. Schwarz-weiß-Katze ist auch... Ja. Schwarz-katt-katt hat auch was. Ich glaube, wir nehmen ihn mal jetzt für das letzte Test. Diese Katze haben sich alle in dieser Schlüssel gefunden. Ja, ich nehme die Opfer. Ich sage, es geht mir gut. Ich fühle mich so nicht so gut. Ich fühle mich so gut. Würdest du gerne mal so gut? Let's not rush into anything. No, just give me a minute. Adopting a pet solo is a big responsibility. We're not going to be playing fetch. I can handle a cat. Sure, we'll proceed when you're ready. One last step. Let's fill out this form together. I give my full consent that my adoptive cat will become a part of my life moving forward. I agree to treat this cat in a humane, loving and respectful manner. This cat will live under my roof and have a place to call home. Okay, well, she's all yours. She's found her new family. She has. You okay back there, darling? You okay back there, darling? You okay back there, darling? I'm a firm believer in getting to know someone before I judge them. You agree? You agree? You agree? You agree? You agree? I'm Olive. I think we're going to be good friends. I think we're going to be good friends. Now, what do you think of the name Dawn? Got a nice ring to it. My dearest Dawn. Where is this Dawn? A bit quiet back there, Dawn. Don't worry. We're nearly home. Home is the base where everything begins. This is my home. And now it's yours too. And now it's yours too. Let's go. He's out of time. Ready to come out, Dawn? You are ready to come out Dawn? Maybe not. No, not so. It's just a kid. Oh no. Nein, das ist ein riesiger Mensch. Und das ist nur hier. Ich habe Angst. Ah, weg da, weg mit der Hand. Ich habe keine richtigen Kätze zu spielen. Nein, das ist mir noch ein bisschen... Nein, das ist mir alles noch. Eben noch im Käfig gewesen und hier heim und jetzt das ganze... Alles groß hier. Alles neu. Okay, wir müssen uns bewegen. Jetzt Abstand, junge Dame. Ganz ruhig. Und die Kassen. Und die Kassen. Und die Kassen. Ah, was? Ah, nein. Lautes Geräusch. Ah. Schnell weg hier. Panik. Oh nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Und hier kochen. Und hier kommt mich nie wieder raus. Oh Mist. Hey, Mama, es ist ich. Die Lehrerin sagten, dass du am Wochenende entlastet hast, also wirst du nicht nach Hause kommen. Ich bin bloß ein paar schreckend über dich. Bitte kenne mich zurück. Nicht so ein Brink. Oh no. Ein paar Tage sind vergangen, sind versteckt geblieben. Geh weg. Der Hunger ist schon groß, aber... Sagt alle Menschen, ich verdrohe niemanden. Diese Hand... Oh, wir werden sowas schon älger machen. Die ist weg, jetzt wird die Bude verwüstert. Nimm mich wie du willst, meine Damen, ich werde ihn mir nicht mehr an... Oh Gott, äh... Steuerung... Ach, ich war in der Katze. Ja... Bisschen essen. Ich bin immer noch hungrig, suche mir mehr und füge mir diese Schlüssel aus. Oh, äh... Tutorial. Wegen wie ASD springen... Space... Auf ein L-Shift... Miao... Ich werde meine Mutter, äh... Ich werde keine Minute länger in diesem Haus gefangen sein. Die Butter... Die Freiheit... Aber wie... Die Fenster gucken wir nicht raus... Da ist das wieder... Neues Haus, neue Regeln... Neue Leute... Schau mal nicht das erste raus in dem war... Da ist eine Vase... Die großen Drange da hoch zu springen... Alles um zu hauen... Und vielleicht... Der liegt nicht auf dem Boden... Was hat er... Ob das ich... Mh... Da geht keines was essen... Hallo Rembrandt... Das ist froh, wenn er sie malen... Hallo Rembrandt... Und hat hier ein bisschen... Wahrscheinlich Familie gemalt... Wenn ich Katzenfarben bin... Na ja... Scheinbar nicht... Wir sehen die Farben... Ich denke mal... Hier Funke... Einer wieder... Er nennt mich an etwas... Aber an was... Kann das eine Katze sein... Ja... Okay... Hier gibt es kein Futter... Da ist das wieder... Neues Haus... Ja... das hat man schon... Oha... Mit der Luft... Mit der Brot... Hier finde ich das Brot... In meiner Schüssel... Irgendwie... Da zieht er... Hier durch die Gegend... Das ist gut... Aber welche... Anderen Lebensmittel... Kann ich finden... Ja... So trocken... Brot... Das ist natürlich... Da finden wir noch mehr... Runter damit... Das wird auf den Bogen... Nicht auf den Tisch... So... Und was können wir... Umwerfen... Ja... Auf den Stellen... Hier gerade noch ein bisschen... Buggy... Aber... Das ist auch die... Pre-release... Dass noch nicht alles... Perfekt ist... Das ist völlig immer noch gut... Wo ist der Typ... In dem Snowboard... Tja... In der Mütze... In der Mütze... Mit mir der Vogel... Lagerfeuer... Ein Lagerfeuer... Kaminfeuer... Können wir hier rumkupfen... Ich müsste das doch machbar sein... Jetzt kratzen... Oha... Die Delica aus... Der hat die Tee rumkupfen... Naja... Das geht aber... Das geht da auch... Das geht langsam... Das ziehe ich mir für spät in der Garage auf, am Essen gejagt, mein lichter Tiger. Ich habe zwei Stück, ich hätte gerne noch eins. Ja, merke ich, wir können auch hier mehr jagen. Mehr Futter. Oha. Ich komme nach Hause, ich warte auf mich. Oh, in der Box. Ja, ich habe eine andere Seite. Die Wildcats haben die Augen gezeichnet für die Küche. Sie benutzen ihre Peripheral-Vision um zu bleiben. Aber ihre Hauptfokus ist immer direkt vor ihnen. Sie können die Hohen warten, um das richtige Zeit zu streiten. Das war nichts zu machen. Hopp. Noch einmal rein. Ja. Ich habe hier in die Kiste aber. Es gibt viel zu erkunden. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist meine größere Fluchtantretung. Auf jeden Fall. Hier gibt es tolle Verstecke. Man kann nie vorsichtig genug sein. Das ist super. Hoppala. Nach oben können wir bestimmt noch. Und dann das Telefon schon wieder. Wo kommt denn der Ton her? Ah. Panik. Dann gehe ich jetzt hin. Wenn ich hier bleiben würde, wäre das die perfekte Platze für mein Bett. Was haben wir hier? Vermisste Katze. Drei Jahre alte Katze. Sehr freundlich zu Menschen. Wer geliebt, bitte rufen sie auch Liv für weitere Informationen an. Und die ist aber anders wie wir. Ich frage mich, wen die alle gehören. Ist hier noch irgendwas? Aber im Bad. Ich werde nie essen im Bad. Oh nein, das ist der Film. Schnell weg hier. Es gibt viel zu essen. Keine Runde. Ist auch gar nicht so schlecht. Sondern sicheren aus. Auch noch geht es um etwas zu entdecken. Das ist die Geräusche. Oh nein, oh nein. Zu dem sicheren Ort. Verstecken. Es ist Zeit zu gehen. Meinst du? Na dann. Na dann. Was ist das zu greifen? Oh nein. Oh nein. humm. Smash mich jetzt nicht gut. Mir geht es nicht. Gut. humour. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin toll. Doktor sagte die Amphysema würde mich. Aber siehst du? Ich bin 5% rein als Scheiße. Habt der Doktor vielleicht recht? draht auf dir? Ch globol cultural. Ich spiele merits nicht. Ich bin keine 무� scored. komm Hier Junge. So gegenfingerbeißen. Beißen wollen ja nicht. Uah. Angst. Wollen wir noch spielen. Die Spieltronung ist größer. Wollen wir noch ein bisschen spielen. Fisch. Fisch. Okay, Z ist offensichtlich nicht die Taste wieder. Well, most of the time. That's enough fun for one day dear. Nein, noch lange nicht. Okay, just a while longer. Du hast jetzt angefangen, Busti zu werden. Okay. Okay. Wie ist das? Okay. Wie ist das? Wie ist das? Es wäre wirklich nett, wenn du zuhörst, auf meine Dinge zu knacken. Das ist nicht sehr politisch. Es zählt auch die Art zu gehen. Wen nicht verurteilen haben, das ist total blödsinnig. So, wenn wir uns was fest ist. Wildcats scharpen ihre Klaue auf Tränen, um ihre Territory zu markieren. Die Klaue auch hilft, die Klaue aus der Infektion zu halten. Die Katze scharpen ihre Klaue und sie in die Übersicht. Das ist eine fokussierte, aber leidende Aktivität. Die Klaue ist eine andere Klaue. Das stimmt. Verwagiert hat sich das, Dawn. Dehe musst du deine Klaue kaum feststellen in chines園. ... Donut, was werden wir? Wir gehen. Und wieder hier. Wir gehen. Und wieder. Das fühlt sich nicht gut. Geh aus dem Knochen! Geh weiter! Das sind keine Schärfen. Was? Miau. Nein, nie wieder. Ich weiß, dass es für uns nicht einfach war. Ich weiß nicht, was ich tun würde, ohne mein Freund. Kann ich dir ein Geheimnis erzählen? Meine Baby Girl went missing a month ago. Her name was Dawn. She looked exactly like you. One day, the ambulance came to the house. I was unwell. Flashing lights and all the noises spooked her. The front door was left open. I'll never forgive myself for not giving her a collar. I thought, if I replaced her, things would go back to the way they were. But life is never that simple. I know you're not her. But can we pretend? Spinners will go back. Grounder cuts. Come outside. I have something for you. The sunset's beautiful. The sunset's beautiful. It's not fair to keep you locked inside all day. But this collar means, if we're ever separated, we'll always be able to find our way back to each other. Aha. We're family. I promise nothing bad will ever ever happen to you. We belong together. Rote Stolp . Oh, here . Es kann man wechseln. Es ist ganz cool. Wow. Ich bin kein Host, ich bin ein Frei-Agent, ein Weg in die Freiheit. Ach ja. Fühlt sich das wie ein Zuhause an. Nein, das ist nicht mein Zuhause, ich gehöre nicht hierher. Die Menschen gaukeln vor, du wärst etwas anderes, denn dann weisen sie dich zurück. So, hier ist ungetobt. Freie Natur. Weg gehen, bleiben. Kann man schon abhauen. Ein Ticket in die Freiheit. Müssen wir einen Weg zur Flucht geben, der nicht so hoch wäre. Haben wir schon gefunden. Und wir toben hier erst noch eine Runde. Oha, ein Baum. Da ist ein Baum geklettert. Ich dachte, ich gehe hier ein bisschen kratzen. Einschärfen. Was ist das ein schönes Spiel? Ein Vogel. Warum benutzen die Menschen nicht einfach ihre Pfunken? Ein Vogel. Mit dir. Ich muss das noch sagen. Ich muss das noch sagen. Oh das wäre sehr glücklich. Ich gehe hier ein. Es geht Ihnen darum, was ich zu erzählen. Ich gehe das hinzu. Also würde ich mit dir. ein bisschen bei schießen sein weg finden zu können denn wo geht's raus freiheit und schmettern Die Wildcats sind genannt für ihre Agilität. Sie können 6 ms. Horizontal und 3 ms. Na! Ich habe nicht mehr Zeit. Na, Dawn. Ich habe das Schnappon noch besser. Wenn du den Klima. So, sag auf da. es hat flink flink ist gleich ich bedanke so, da habe ich ihn und weg ist er wenn du nicht ein Butterfly in der Backyard dann solltest du in der Wilde leben mach das Finger aus mir hin vielleicht sollte ich noch ein paar Tage bleiben zu üben ich will jetzt weg oder raus hier hoffentlich Wildnis die große Katze, ich kann das Wildnis, ich komme dich holen nicht heute ah, ok schade gehen wir doch wieder rein die Wildcat ist bei ihnen ist ganz die Wildcat ist Ich werde mir Zeit damit verbringen, mich auf die Wildnis zu breiten, an Hasta la Vista Das ist der Ort, an dem Olaf das Staubsupermonster versteckt. Oh nein, nicht das Staubsupermonster. Das gruselige, ein großes saftiges Steak. Oh, das war doch nicht nötig. Das ist Flaschengejagt. Erstmal, das runde Reffen. Was ist denn im Weg damit? Das ist auf diesem Boden doch viel besser. Der Lange ist viel zu groß. W-D-dabbit. W-D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Das ist ein Daumenstrich. Ich habe es gewohnt. Nimm das. Das ist ein Daumenstrich. Biggats Biggats sind die größte und schreckliche aller Mammeln. Sie sind extrem schwierig zu trinken im Wild. Little Miss Greedy Guts ist zurück. Und hier geht nichts. Wir schnurren hier ein wenig. Ich wusste nicht, dass ich noch schnurren kann. Vielleicht ist dieser Ort ganz gut. Vielleicht muss ich noch nicht weggehen. Ich finde, es ist ein wenig. Ich habe die Fähne gesehen. Die Kielgum Die Kielgum Die Kielgum Die Kielgum Die Kielgum sind die Beleidenschaft der Familie Die Kielgum Dorn, wo sind deine Leidenschaft? Oh nein, verschwunden Ich bin nicht mehr auf der Straße Entschuldigung, dass du dich beschäftigst Worry? Das ist mein Job, Mama Ich liebe dich Ich liebe dich auch Ich liebe dich auch Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Hey Are you listening to me? Hahaha 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 Oh Hahaha Send yourself back to the hospital, Mum Oh, give me a break It's the first time I've laughed in months What's so funny? Dawn, she's dreaming And looks like she's running in her sleep Dawn? The cat? The cat? Well done! This is exactly what we need to prepare you for the wild You're an apex predator now Ganz groß, Katze Ganz groß, Katze Okay, dann kommen wir nicht hoch Nein, Wasser Hier gibt's mehr Hasen Irgendwann jagge ich einen Yes, my baby's back I thought she ran away She did But I found her at the shelter Why didn't you just leave her there? The animal shelter could look after her Why didn't you just leave her there? The animal shelter could look after her Oh, no I'm your family, Mum You don't act like it You don't act like it Hmm, better I have fell in the stein Okay What's here? I have to tell her Where is the house? Ah, there is the house Ja komm, das wird zusammen gestichen. Ganz vorsichtig. Ich kann das kurz noch mal wiederholen. Ich frage mich auf Loveface, wie mein Kniechen kocht, wenn ich mir die Ansehnen kann. Jede Familie hat ein Geheimnis. Mit sicheren Ort. Niemals. Es ist Zeit, raus zu brechen. Raus hier. Wir sind voll Mond heute Nacht. Wir sind eine Katze. Die Augen? Miau. Ich sollte sie suchen gehen. Was war das für ein Geräusch? Wo ist da jemand? Jetzt wird es aber gewusst nicht. Das muss die Sauerstoffmaschine sein, über die ich gesprochen habe. Wo ist da jemand? Das ist für ein Traum. Vielleicht sollte ich mehr Naturdokumentationen sehen. Du machst die Natur. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Oh nein. Geh weg, Thornton. Geh weg, Thornton. Geh weg, Thornton. Geh weg. Genau das machen wir. maple, Livty, CopyCats. Vielen dank, dass ihr die CopyCats demo gespielt habt. Wir sind ein kleines Team von drei Leuten und dies ist unser allererstes Spiel überhaupt. Wenn euch CupyCat gefallen hat, schreibt es bitte auf die Wünschteste aus dem Team. Es macht einen großen Unterschied. Großnächeln, Samantha, Kostia und Dan. Das machen wir doch sofort. Also ich habe es schon gemacht. Ihr macht es, wenn euch dieses Video gefallen hat, wie es dir selbst gefallen hat, auch einmal kurz auf Steam gehen. Einmal auf die Wünschteste packen. Das ist also... Das ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Das gefällt mir sehr. Das war doch wunderschön. Vielleicht in der Hauptstory, wenn wir irgendwann die Vollversion spielen, gelingt es uns vielleicht so, noch in die Wildnis hinauszukommen. Und in die großen, weiten, sondern könnten mal schauen, was die Vollversion schon so zu bieten hat. Die auf jeden Fall Wünschteste. Macht das. Supportet den Weg, da wirklich das hier. Ein kleines, kleines Indie-Studio. Supportet-Indie-Gang-Devs. So muss das sein. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Letztest. Oder bis zum nächsten Video. Gleich heute noch auf diesem Kanal. Bis dahin. Man sieht sich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020